Musik Ein herzliches Willkommen zur Liebeslegung für den Dezember. Ja, liebe Liebenden, oder wie wir sagen wollen, es ist so, dass ich vielleicht für den Dezember für euch noch eine Überraschung habe. Wenn ich das zeitlich hinbekomme, ich will nichts versprechen, was ich nachher nicht halten kann, deswegen auch nicht weiter darüber sprechen. Ich wollte es nur ankündigen und wenn es klappt, dann lasst euch überraschen. Ja, dann wollen wir mal schauen, was in deiner Allgemeinlegung in Sachen Liebe im Dezember dann so passiert. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier, zu deiner Liebeslegung für den Dezember. Hier ist Ella und ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen natürlich allgemein einfach mal gucken, wieso die Liebesenergien im Monat Dezember für dich aussehen und schauen mal nach deinem Thema. Wir haben die Zähne der Stäbe, Ballast abwerfen, also Dinge, mit denen du dich im Vorfeld belastet hast oder auch was die Beziehung belastet hat. Ja, das kann wegfallen. Wir haben die Neuen der Münzen. Du machst dich ein bisschen unabhängig, auch von deinem Partner, deiner Partnerin. Das ist nicht schlimm. Jeder darf auch für sich seine eigene Person sein, durchaus. Es kann aber auch sein, dass du viel zu tun hast und an deiner Karriere bastelst, wie auch immer, oder einfach auch mal ein Stündchen für dich brauchst. Wir haben auf der anderen Seite die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter bedeutet, dass man sich so im Gedankenchaos gefangen hat. Dieser, dieser, ja, ich sag mal Hamsterrad im Kopf, dass man nicht davon loskommt, dass man irgendwo da gefangen ist und keine Lösung findet. Wir schauen mal, wie er harmoniert. Wir haben König der Stäbe, das ist auch Feuerenergie. Das bedeutet Leidenschaft. Das bedeutet aber auch nicht aufgeben, liebevolle Energien, Optimismus. Wir schaffen das. So, und vielleicht braucht dein Gegenüber, dein Ratschlag, deine Unterstützung, deine Hilfe. Darauf solltest du natürlich achten. Und wir haben den Ritter der Schwerter, worauf du achten solltest. Das ist Harmonie, das ist, worauf du achten solltest. Keine Schnellschüsse. Der Ritter der Schwerter ist so ein bisschen wie der Elefante Porzellanladen. Also bitte Vorsicht damit. Der Ratschlag ist die Sechs der Kelche. Das ist Nostalgie. Nostalgie. Vielleicht hilft das ja auch bei diesem Gedankengang, je nachdem, was dein Partner, deine Partnerin beschäftigt, mit der Nostalgie oder auch mit der schönen Nostalgie, was Weihnachten betrifft oder so, so ein bisschen abzulenken oder auf, ja, was Positives zu kommen. Wir haben als Ausgang die Sieben der Kelche ganz viele Möglichkeiten, ja, in der Partnerschaft voranzukommen. Es geht darum, Ballast abzuwerfen und ich glaube, dein Gegenüber hat diesen Ballast sozusagen, ja, in der Tasche und schleppt die mit. Schau mal, was wir noch haben. Die Acht der Kelche. Neue Wege gehen. Es also ein bisschen verändern. Vielleicht in Bezug auf Dinge, die belastend sind. Das muss jetzt nicht die Beziehung sein, das kann auch Job sein oder so. Auf deiner Seite haben wir die drei der Stäbe. Du bildest dich zum Beispiel weiter oder du wartest, bis die Dinge sich beruhigt haben. Ja, du lässt sozusagen dein Gegenüber wurschteln. Wir haben den Gehengten hier. Das heißt, dein Partner, deine Partnerin hat im Moment nicht viele Möglichkeiten, außer sich einfach ein Bild von der Situation zu machen, ohne dass er oder sie selbst eingreifen kann. Wir haben die Harmonie mit dem König der Stäbe. Wir haben den Knabe der Kelche. Das heißt, du sollst mit liebenswürdigem Optimismus auf dein Gegenüber zugehen. Ihr solltet darüber sprechen und die Dinge klären. Wir haben den Ritter der Schwerter. Wir haben das Ass der Schwerter. Das sagt, darauf solltest du achten, die Dinge schnell zu klären, bevor sich hier, ich sag mal, Groll und irgendwelche Dinge ansammeln. Also, du solltest auf dein Gegenüber auf jeden Fall zugehen. Sechste Kelche ist der Ratschlag. Wir haben die Zwei der Schwerter Zurückhaltung. Ja, vielleicht ist es auch so, dass man eben mit der Vergangenheit hadert oder jemand aus der Vergangenheit zurückgekehrt ist für dein Gegenüber, je nachdem. Und da solltest du zurückhaltend sein. Welche Möglichkeiten haben wir? Vier der Stäbe. Und das ist sehr schön. Das ist das Umfeld. Das ist soziales Leben. Das ist dein Haus und Heim. Ich denke, dass da Ruhe einkehren wird und dass du da die Möglichkeiten mit deinem Partner ausschöpfen solltest. Also, wir haben Ballast abwerfen. Wir haben neue Wege gehen. Wir haben hier, dass du, das ist auch die Single-Karte, wenn du Single bist. Drei der Stäbe. Du wartest, wie die Dinge sich entwickeln. Wir haben hier König der Stäbe. Wir haben den Knabe der Kelche. Liebevolle Energien, worauf du achten solltest, sind die Schnellschüsse. Ein klarer Schlussstrich. Tja, wir haben hier die Acht der Schwerter und den Gehengten. Das könnte auch eine Trennung sein durchaus, ja. Wenn jemand, also wenn du mit jemandem, ich sag mal, überhaupt nicht zurechtkommst. Das ist vielleicht auch dann keine langwierige Beziehung. Aber wir haben hier die Vergangenheit und wir haben die Zurückhaltung mit der Vergangenheit. Also, man sollte sicherlich die Vergangenheit annehmen, aber man muss sie ja nicht immer wieder als so super toll darstellen. Wir haben die sieben der Kelche und wir haben die vier der Stäbe. Also, es geht auf jeden Fall darum, Frieden in deinem Haus, in deinem Heim herzustellen. Das kann einmal bedeuten, dass dein Gegenüber Probleme hat mit etwas, was nicht unbedingt die Beziehung betrifft. Es kann sein, dass es eine Trennung ist. Dann trennst du dich aber. Du entscheidest das. Es kann aber auch sein, dass da Probleme sind oder man kurzzeitig eine Auszeit braucht. Weil ich habe das bei dir gesehen mit den Neuen der Münzen. Und ja, es kann auch beruflich sein, dass man sich kurzzeitig trennt. Wir haben auch die Orakelkarte Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Das ist natürlich für Dezember nicht so toll, aber es kann ja auch eine berufliche Trennung sein. Also, dass jemand auf Geschäftsreise muss oder Familienmitglieder besuchen muss, die weiter weg wohnen. Was auch immer. Wir haben als Ausgang auf jeden Fall vier der Stäbe und neue Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch so, dass ihr gar nicht zusammenlebt und einfach eine Auszeit habt, weil sich das so ergeben hat. Es muss nicht unbedingt eine Trennung auf immer sein. Es ist ja auch nur eine vorübergehende Trennung. Aber es ist halt so, dass da für dein Gegenüber im Moment so ein bisschen, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten da sind. Das kann in der Beziehung sein. Es kann aber auch außerhalb der Beziehung sein, was natürlich eine Beziehung beeinflusst. Da würde ich dich bitten, mein lieber Stier, du kannst das ja, du bist ja Erdenergie, da nicht zu voreilig, irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, sondern eben langsam und mit Geduld an die Sache herangehen. Wir haben die drei der Stäbe. Das bedeutet auch, nicht überstürzt zu handeln. Wir haben hier, worauf du achten solltest, dass die Dinge klar sind, dass man klar abstimmt, was man möchte. Wir haben neue Möglichkeiten, entweder als Single oder eben dann den Haussegen wiederherzustellen, die Dinge zu klären und ich denke auch den Konflikt für dein Gegenüber auszuräumen. Ja, mein lieber Stier, ich hoffe, du kannst möglichst viel damit anfangen, keine über alten Handlungen, darüber sprechen, eher zurückhaltend sein, auch mit Dingen aus der Vergangenheit. Man kann darüber nachdenken, man kann darüber sprechen, aber es nicht übertreiben. Und es kann vielleicht, wie gesagt, beruflich oder so Trennung bedeuten kurzzeitig, aber wir haben hier neue Wege. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Weg gefunden, diese Beziehung fortzuführen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich den bestmöglichen Ausgang für dich und hoffe, dass du im Dezember ein schönes Fest hast, dass du mit deinen Lieben vereint bist. Wir haben die vier der Stäbe, das sieht so aus und ich hoffe, dass das so ist. Es ist eine allgemeine Legung, deswegen nicht zu harsch sehen, nicht zu dramatisch sehen. Das kann auch ein paar Tage nur sein, wenn man beruflich unterwegs ist oder so. Also, wie gesagt, es kann alles bedeuten, aber es ist halt so, dass du letztendlich neue Möglichkeiten hast und dein nahes Umfeld eben um dich herum ist. Und das ist das Schönste dann im Dezember, würde ich sagen. Ja, ich bin gespannt, wie das für dich passt, lieber Stiel. Ich warte auf deine Kommentare und wenn das hilfreich für dich war, würde ich mich auch über ein Däumchen hoch sehr freuen. Alles Liebe für dich und bis bald. Vielen Dank.